Ja, ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von SIV, der Dark Project, Teil 1 vom Jahre 1999. Das waren noch Zeiten des 20. Jahrhunderts. Leute, es ist unglaublich. Ja, ich schleiche mich hier mal an. Irgendwo im Nirgendwo soll es ja was geben. Ein Thronsaal. Ziemlich überzogen. Ich hab's gefunden! Da haben wir's doch. Wir haben Lord Bafford's Zepter, Leute. Wir haben Lord Bafford's Zepter. Aber wir haben noch... Oh ja, wir haben eigentlich schon mittlerweile alles. Schaut mal, töten Sie keine Dienstboten, kehren Sie auf die Straße zurück. Somit speichere ich einmal Horst die LP. Und wir... Ich werde auch noch einmal schnell speichern. So, ihr Lieben, wir haben's geschafft, ihr Lieben. Endlich! Hätte ich auch in der letzten Folge noch so machen können, das ist beende. Ach Gott, aber wir müssen auf die Straße zurückgehen. Ähm, nur wo ist da etwas? Ähm, ich habe nichts Ahnung. Wie kommen wir wieder raus? Ähm, okay. Wie kommen wir denn das jetzt schnell? So, dann haben wir das einmal. Ähm, da haben wir irgendwo einen Schlüssel. Kann das sein, dass der passt? Nein, der passt nicht. Den da? Ja. Ach du Schande. Ah, Leute! Ich dachte, ich hätte was gehört. Na komm her und ich zeig dir, was du gehört hast. Ich höre nichts. Das war wohl nichts. Die Frage ist, wie komme ich da erst wieder raus? Durch den Durchgang? Da einfach. Was ist das? Peter! Da ist niemand. Jetzt bin ich wieder da? Wie komme ich raus? Ach so, dann muss ich ja wohl noch ein Übeldach da rüber. Leute! Aber in dieser Folge beenden wir das. Wir dürfen niemanden töten. Mal kurz klar reden. Was ist das? Lasst die Waffe fallen. Keine Bewegung. Das ist Wahnsinn, ich bin tot. Laden, stellspeichertes, töten Sie keine Dienstboten. Ich muss auf jeden Fall einmal da rüber. Rübeer, Gummibär, das ist wichtig. Somit, das ist am besten, wenn ich den K.O. schlage. Ach so, ja genau. Dann haben wir den Schlüssel. So. Der irgendwo hin? Da, da sind die Lampen, die kann ich nicht. Komm her da. Der geht ja glaube ich weiter, kann das sein? Bleib sofort steh! Ha ha ha! Nimm das! Leute! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ach Gott! Wie soll ich? Ja, keine Ahnung. Ich boxe mich ja da irgendwie durch. Zepter habe ich. Da muss ich mal den Schlüssel hier holen. So. Warte ich einmal, bis der kommt. Noch einmal. Den ganzen Mist hier. Ich muss raus. Ich könnte eigentlich den... Ich kann den Geheimgang gar nicht mehr nützen, weil ich ja jetzt schon unten bin. Ich kann nicht mehr nach oben. Ich müsste gar nicht flüchten, Leute. Sollte ich da auf jeden Fall einmal mich da durchboxen? Ich kann es mal hier in der Hand beisiteln. Tch 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 tch... Aaaaaaah! Ja... Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! UUGH! UGH! UGH! Ein Wahnsinn. Es ist unglaublich. Leute, ich warte, bis der drüben ist. Ich habe keine Moospfeile gemacht. Die hat man nicht einmal Moospfeile ausrüsten können, oder? Zu Beginn, oder doch? Ich habe keine Ahnung. Leute. Dann gehen wir mal, wenn der wieder zurückgeht. Sehr gut. Passt, Leute, super. Jawohl! Geh mal wieder raus da. Endlich. An die frische Luft. Auf jeden Fall einmal, Leute. Da gehe ich auf jeden Fall einmal. Boah, das war eine heftige Mission. Vier Folgen lang hat es gedauert. Vier Folgen lang hat es gedauert, ihr Lieben. Oh, endlich. Hä? Achso. Hä? Warte. Was ist das da eigentlich? 24? Okay, das ist nö, Leute. Seid man nicht böse, aber nö. Hä? Da ist ein Schlüssel. Ist das jetzt ein Scherz, dass ich da nicht raus kann? Was für Leute? Ja. Ja. Ich habe auf jeden Fall wieder was gefunden, aber irgendwie... Was soll ich sagen? Falscher Weg! Ich dachte mir, da geht's raus, Leute. Das... Weil bei normal ist, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, ist fertig. Das ist halt das, ne? Und ab hart, und da gibt es halt Experten, ist es so, dass du wieder raus musst, ne? So, gehen wir mal. Was ist das? Da ist eine Wache. Ah, ich speichere mal. Ah! Ich sehe nichts mehr. Ja, wenn du ein Vogel bist. So, da ist der Ausgang, oder was? Da ist ja gar nichts. Leute, wo ist der Ausgang? Kommt da jetzt einer? Ja, sicher kommt da einer, aber... Ja, sicher kommt da einer, aber... Kommst du da rein, oder? Okay, der geht da? Okay, der geht da. Okay, der geht da. Und da, der geht da, der geht da. Und da, der geht da. Und da, der geht da. Hat sich da was bewegt? Und da, der geht da. Und da, der geht da. Und da, der geht da. was. Schau da mal. Wow. Mega. So viele Beute, Leute. So viel Beute. Das ist schon verboten, so viel Beute ist das. Ist das schon wieder wer? Ich speichere mal ein. Ich gehe da mal ins Dunkle. So, speichern. Oh mein Gott, er hat die Leiche gefunden. Was habe ich da nur gesehen? Ihr da, tretet hervor und nennt euren Namen. Stärkt. Leute. Also, es ist heftig. Hier hat jemand wohl viel Spaß gehabt. Ähm, da ist ja noch einer, der geht mir auf die Nisse. Ist dort jemand? Nö, du gehst da mal hier hin und dann kommst du zurück. Ach, es war bestimmt nichts. So, da geht er mal da vor. So. Ob er die auch liest? Oder sind sie nur zur Schau? Was? Verehrter Lord Befford, eine jüngst erhaltene Lieferung von Antiquitäten aus... Hö, Leute. Ich will das jetzt nicht lesen. Aber da gibt es ja noch was, oder? Ich muss hier raus. Äh, da ist ein Zepth. Äh, schau doch mal. Papyrus habe ich gefunden. Teller. Okay. So, bin ich jetzt endlich einmal draußen? Ich will nach draußen, Tappi. Schaut einmal gut aus. Bin ich fertig? Ja, oder? Ja, oder? Da ist ja der schwer bewachte Ausgang, oder? Das habe ich gehört, bleibt sofort stehen! Wie ist das? Wartet, wer da? Hier ein Kieb! Halt! Stärk, du Ratten! Fang den doch mal auf! Leute, Wahnsinn, ich habe es geschafft! Nach vier Folgen endlich einmal den Ausgang zu finden! Das war ja wirklich Wahnsinn! Also, ich habe aber alles erledigt! Sehr cool! Und, ja, dann schauen wir mal im Menü! Speichere ich einmal das Spiel! Äh, genau! Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der nächsten Mission! Das ist die zweite Mission, also ich freue mich schon wirklich nicht! Doch, schon! Auf die nächsten Missionen, die viel härter werden als diese Mission! Und die hat es schon vier Folgen gebraucht! Also, es ist auf jeden Fall Hammer! Aber richtig cooles Spiel! Mir gefällt es richtig gut! Und es war nun wirklich ein Wahnsinn, in dieser Folge da jetzt den Ausgang zu finden! Aber ich habe es geschafft und in der nächsten Folge geht es dann weiter! Also, bleibt dran! Bis zum nächsten Mal! Macht es gut! Game over! Ciao! Ciao!